hallo freunde es gar nicht kurz an wunderschönen guten abend willkommen zu wwgc bacatus crazy nervi und wir wollen so jetzt aus und wir sagen neue runde neues glück und party beginnt lass es lossehen 32 und los geht's klassisches was will zu okay warum hast du denn kein blafen angemacht warum gibt es für mich nur zwei ich habe auch keine null auf den ärmel die kristin grün das mit der grünen bakatos grün das erinnert mich an einem film gerade kann ich auch ich höre nicht richtig die kristin grün das ist herrlich bitteschön die kristin grün das geht ich überhaupt nichts an ah guck meine karten sind wieder da ja ich hoffe du freust dich was jetzt kommt ja ja ich weiß schon auf was auf mich kommt das weiß ich doch ich habe mich gar nicht überrascht ich bin schon wieder richtig gut an das hättest du sagen müssen crazy das hättest du sag ich bin gleich so reif wie du ja ganz hier jetzt bist du wieder da finde ich uncool warum hast du die rot und grün ja jetzt hast du die karten wieder was soll ich denn da kann ich doch nichts machen doch ok bitteschön ja bitte also zieh da mal ja ich weiß ich wieder gleich einfach von dir klar gibt mir noch mehr plus in die apfel tasche eine rote neu bitteschön ja 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 Nein! Verdammt doch mal! Okay, dankeschön. Kommt, ne, ne? Nerf mir! Nerf mir, bitte schön! Auf gelb fenn kann man nichts. Ja, dann zieh halt, du Lampen. Nee, das mach ich. Ge weg, fliege. Ge weg, fliege? Okay. Nerf mir, verdammt doch mal. Ich dachte, ich werde das Spiel schon machen können. Nein, blau. Zieh crazy, komm. Ja, weiter so. Ach, weil ich dachte, der knackt die 10. Nee. Noch nicht. Was soll ich jetzt damit? Damit. Tschüss. Bitteschön. Aber selbst wenn ich die 10. Schauen wir mal. Das ist ein Jüttertausch. Fünf gegen vier. Ja, genau. Wie war das doch crazy? Ja, du tausch mit mir. Ja, ist klar, jo. Wie war das doch? Fünf gegen vier? Ne? Ja. Ha, ha, ha. Die Karten sind eh scheiße. Die Karten, die du mir gegeben hast, sind die 2. Ok. Guck. Aber du konzentriert Oh Er ist Crazy Ich zieh auch gerne plus 4 Also bitte dann mach mal Zwei Drei Nerf 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 hat kein Gelb Ja Nerf hat kein Geld Stimmt Ja ich hab doch kein Geld Hör auf jetzt Ja Hallo Murat du Drecksau Ja Das glaub ich jetzt auch 16 zu 5 Ey Das ist aber jetzt unfair Das ist richtig so Warum soll ich alleine da stehen Ja ich muss rot hier Da den rot Zieh du Sau Ja ich zieh doch keine Angst Ja Oh ja ja Nö 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 Ja 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 Hahaha Jetzt hat der Karten Jetzt hat der Karten Hör sie Jetzt hast du ne 4er bei oder nicht Jetzt hat er zu jeder Farbe irgendwas Ja Scheiße Ich hab keine 3 Was mach ich jetzt Okay Nö Äh Oh Gott Wenn ich das Okay Ja Danke Wie kann man denn so viele Karten haben Ja Crazy Ja 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 ich spiel hier schon Ja nerf ich mit 22 Karten ey Warte ich muss mal eben düsen Oh wie geil Das ist schon nach Farben aufgeteilt hier Ähm Warum fängt der schon mal mit gelb an Ja das ist okay Das nimmt Das nimmt Es ist ja nur rot Ja warte eine Sekunde Hahaha Ich hab dir meine Karten wieder Oh nerf ich Hey warum tauscht du mit mir Ich hab dir nichts getan Ja tauscht aber auch diese Hey Hallo Warum tauscht du mit mir Ich hab dir nichts getan Du Sackgesinck ey So erstmal den da Und den Oh ey Äh Äh Warte mal Nein Das war die falsche Karte Du hast ja ausgespielt selber schon Ja ja ich war klar Okay Schon Nein ich will rot haben Du hast doch rot Was willst du denn noch Ja also kann ich gar nicht mitreden Habe ich nämlich nicht Das ist schlecht Aber ich nehme die Ja Ey Dann mach weiter Dann mach weiter Dann mach weiter Dann machen wir zwei Ja Das ist gut Eigentlich hätte eins eins schmeißen müssen ne Mit eins fängt sie alles an Acht 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 Ne Ne Das ist eine acht Wieso Okay bitteschön Hier haste ne neun Mit unterstech Das war klar Crazy Du tanzt wieder aus der Reihe Ja Scheiße Enttäusch Die hab ich auch gehabt Äh Oh Jetzt geht das wieder los Hahahaha Nach der Krippe kommen noch ein paar Nullen glaube ich Lalalala Hoi Die hab ich dir wenigst gelassen Seid froh Na wie Ich war davon gar nicht Du Nö Nö Vier Vier Und hier ist keine null und keine sieben Beides Ja Ja Nein Das ist so ein Arschloch Wie kann man 20 Karten fast auch mal Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Wir ziehen doch Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal Hallo Hör mal Ich kann nichts dafür, dass der Mann hat die Karten gedreht hat Bitteschön Ja Virus mit wem müssen tauschen Hör mal Hier bestimmt nicht A oder B Hör mal 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 der flieger packt noch so eine auswärtskarte Ich komme von diesen Karten. Scheiße, kriege ich ja jetzt wahrscheinlich die Pächer. Boah, Alter. Da geht noch einer. Hey. Das werde ich wieder ausgelassen. So, rei. Manni, ey. Wieder ein Dreher grün, bitte. Ey, ey, ey. Rück doch mal. Nein. Ich weiß, was er auf der Hand hat. Ja, dann sag's doch. Nö. Ich glaube, er weiß es. Okay, eine 4. Ey, du Sackgesicht. Ich mag dich auch, Reilly. Das wirst du bereuen, das weißt du jetzt schon. Ja, ich glaube auch. Es gibt nur noch mehr Karten, dass ich dir was reinwirken kann. Du? Ich habe da noch was. Ey. Ich habe da noch was. Ach, scheiße. Das sollte ich mir vielleicht aufheben. Als ob ich noch nicht genug Karten hätte. Nein, was ist 15? Mach her. Jetzt wächst nochmal mal die Fasel. Das sind ja jetzt schon immer so viele Karten. Ich weiß, entweder hat er rot oder blau auf der Hand. Und geh auf grün. Zieh, wir russ. Zieh. Nochmal ziehen. Hör auf. Eine mehr. Nein. Man muss muss sein. Ich nehme mir mal. Geht noch was. Nee. Wärst du, war deine Ballen, würde ich sagen. Meinst du? Ich habe 0 zum Drehen, weißt du schon, oder? Nee, nee. Da ist noch eine 0 dabei, du 0. Ich weiß, aber drüben gibt es auch noch eine 0. Ja, ey. Sei doch ruhig. Was seid ihr denn für Erscher? Den Penis. Ja, sagt er. Ich habe das nicht wiedergezogen, oder was? Du Arsch, du. Du hast gesagt, das wäre ein scheiß-Boo, aber ey. Schaut nicht so schlimm aus. Ich dachte, die Runde wäre schon zu Ende. Nein, das geht in die Verlängerung. Gelbe Karte. Nee, ist ein grün selber legen. Ja, das weiß ich. Ziehe ich auch. Ach du Scheiße, keiner will meine Karten haben. Oh je. Ist nicht. Ja, ich bin wieder einstellig. Ja, was soll ich jetzt machen? Wieder 10 oder was? Ja, was soll ich jetzt machen? Hör auf jetzt. Gib mir da mal. Hallo. Noch ein bisschen. Jetzt hör auf. Ich will meine Karten wieder haben. Viel Spaß. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, was auf Nächstes kommt. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Danke. Rot, gelb, blau. Ah. Ich hoffe, du hast eine plus vier. Ja, es gibt den Säck. Noch nicht. Wie hoch spielt ihr ihm aus? Er hat jetzt noch eine rote und eine gelbe auf der Hand. Schön, das interessiert keinen. Doch. Das war rot und blau. Genau. Dann bleiben wir jetzt nochmal bei blau. Crazy, du verdammte Drecksau. Ja, wieso gibst du mir aus die Garten? Warum willst du die überhaupt da haben? Hast du eine 2? Nein, 2 habe ich. Ich habe genug 2. Ich muss meine nicht. Nee. Guck mal leicht. Warum fragst du denn nicht so doof? Weil ich sonst ziehen hätten müssen. Kein Kommentar. Jetzt muss ich doch ziehen. So ein Mist aber auch. Ja, Lieber, warte schön. Sie müssen noch rein. Das glaube ich eher wie der Einzelne, wenn ich dann. Ich muss von auch 2 nach 4. Der Long Life. Dann hast du noch verdient gehabt. Long Life. Los, mach mit Geld weiter. Hör mal auf hier. Fliege auch noch geht's mal ab. Haha, eine gelbe weiter. Gelb, 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 gelb. Was machst du? Ich habe kein Geld. Ja, witzender Schwulen sehen, was alles kenne der ja nicht. Warum will der lieber mit 4.000? Ja, weil... Ach komm, weiß nicht, bin so nett. Hier bitte schön. Hahaha. Und bisher zufrieden? Ja, also sag ruhig. Oh, nee. Ja. Hahaha. Schön. Wer immer um die roten Karten gehört. Ja, ganz toll. Geh, gehe, gehe, Anne-Marie. Ja, crazy. Zieh mal wieder. Also, wir haben... Wir haben so gemacht. Ach, Mann, ey. Hahaha. Was ist das denn? Das ist gut. Das ist gut jetzt. Das ist super gut, ja. Wieso glaube ich das jetzt nicht? Ja, das ist gut, ja. Leider nur eine zu wenig. Okay. Oh, das war ganz... Oh, ho, 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 ho. Das war knapp, mein Du. Ja, das war also knapp. Das war ächstlich. Ey! Nicht schon wieder, Mann! Du verdammte Drecksau! Hättet ihr auch eure Karten behalten, wenn das nicht passiert, ey. Oh, Mann, Murat. Ta. Das war die falsche Wahl. Definitiv. Ist da alles rot? Nein, nein, nein. Das ist, das ist alles, das ist alles Günther. Günther macht jetzt... Mich trifft's nicht, also von mir, das ist real. Die Parkarten, doch. Alter, die Runde ne Mienende. Ne, die fängt schon gut an, doch. Warum bist du jetzt blau, Mann? Ich hab mir auch was anderes eingeschossen. Ja, ne, gelb, doch. Wir brauchen doch Stöcke. Wir brauchen Grün. Nervi! Na dann, aber wir haben hier anfallen. Äh... Kommt deine Lauer. Ne. Grün! Das gibt's doch nicht! Ihr seid so lästig, ey. Muss auch noch ziehen. Gott sei Dank nur eine. Ah, nee, nee. Merkst du mal, wie uns die lieben, Nerfi? Was, hast du kein Grün mehr? Du auch. Wollt ihr die ganze Zeit unbedingt Grün haben. Ja, aber wo die andere Richtung war? Pfff. Ähm... Ich soll wieder ziehen, ja so weh, ganz toll! Ja, zieh doch. Noch mehr, mehr, immer mehr. Komm mal, rot. Rot, finde ich gut. Ich auch. Ich krieg erst recht. Ey, ich will auch. Ja, die wollen heute immer mit mir spielen. Ich muss uns auch aufsetzen. Wir haben jetzt die meisten Karten. Ich sowieso. Ich tausche, oder? Ey, what happened? Jetzt ist aber Schluss mit Lust. Ey, wenn ihr zusammen spielen wollt, ne? Dann können wir auch zwei gegen zwei spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. So. Ich weiß, was auch dahinter ist, aber ich war ganz nicht spielen. Oh, Mann. Macht nicht zu weit. Ich hole die elektrische Fliegengletsche. Nicht dein Ernst. So langsam wirst du lästig, äh, äh, crazy. Warum denn? Ich tu doch gar nicht. Ja, du fängst schon wieder damit an. Jetzt gibt's da nicht. Ach, Mann. Oh, nee. Nein, ich überleg nicht schlägen. Ja. Ich will nicht mehr. Ja, ich krieg wieder eine auf den Sack, ey. Ah. Er zieht wieder nur eine. Ähm. Farbwechsel. Okay. Am will. Ich will sehen, ob er jetzt wirklich Geld hat. Ja! Ja! Da holt er uns. Oh. Alter. Nicht David Crazy. Nee, nee. Du kleiner Stinker. Zinosau. Bisschen. Ja, bisschen. Ich will auch mitspielen. Ja, hier. Ach, Mannometer. Oh, die Scheiße. Oh, du, die fällt mir. See, crazy. Mach doch selber. Halt doch die. Ist er? Oh, das kriegst du gar nicht. Oh. Die hat er nicht. Alles habe ich, aber nicht die. Ich habe die besten Karten ever. Oh, egal. Noch beschissener. Genau, gib Tracy ruhig die wenigsten Karten. Du bist so schlau. Das kann er nicht. Er hat nur eine grüne. Hier. Oh. 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 Jetzt lässt er nämlich virus aussitzen. Achso, ich kann ja gar nicht. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Das war ein Sekunden Ende noch gehabt. Na, danke. Ich mache ja mal Mittagspause. Ja, viel Spaß. Ja, viel auch. Ach ja. Ich mache die ganze Zeit schon mit das Pause. Sie mal virus-Mößchen. Na ja, ganz toll. Ja, finde ich super. Das ist doch echt nicht wahr. 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 Also ganz toll. Oh. die karten nie werden das war das war das ist eine verdammt tolle idee die ist grandios verdammt noch mal so freundes geile youtube sports wir sind zunächst neun aufnahme von ulo das war so diese runde bis zum nächsten mal